Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass die Anzahl der Möglichkeiten aus n unterscheidbaren Objekten eine Menge von k Objekten auszuwählen, genau n über k ist. Und dein Ziel für dieses Video ist, die Anzahl der möglichen verschiedenen Tipps bei Lotto 6 aus 45 zu berechnen. Schauen wir uns die Aufgabenstellung einmal genauer an. Beim Glücksspiel Lotto 6 aus 45 gibt es 45 Kugeln, die mit den Zahlen von 1 bis 45 nummeriert sind. Mit einem Lotto-Tipp entscheidet man sich für 6 von diesen 45 Zahlen, zum Beispiel für die Zahlen 3, 6, 23, 26, 37 und 42. Bei der Lotto-Ziehung werden dann 6 der 45 Kugeln gezogen und anschließend aufsteigend sortiert, das bedeutet, dass die Reihenfolge, in der die Kugeln gezogen werden, tatsächlich egal ist. Nun zur Frage, wie viele verschiedene Lotto-Tipps gibt es? Berechne das Ergebnis mit dem Taschenrechner. Also du darfst hier gerne einen Taschenrechner verwenden, denn die Zahlen werden hier jetzt ziemlich groß. Nimm dir dafür kurz Zeit, pausiere kurz das Video und wir sprechen dann über das Ergebnis. Wir haben hier 45 unterscheidbare Kugeln und wir sollen jetzt aus diesen 45 unterscheidbaren Kugeln eine 6-elementige Menge auswählen. Die Anzahl der Möglichkeiten, das zu tun, entspricht dann genau, wie wir bereits wissen, 45 über 6. Und das fragen wir jetzt den Taschenrechner, denn das ist eine ziemliche Rechnerei und eine ziemlich große Zahl, denn 45 über 6 ist gleich 8.145.060. Also es gibt 8.145.060 verschiedene Lotto-Tipps. Nun noch eine kleine Zusatzfrage, beziehungsweise zunächst noch ein paar zusätzliche Informationen. Wenn die 6 gezogenen Kugeln genau die 6 Zahlen vom Lotto-Tipps sind, gewinnt man den Hauptpreis. Man sagt dann auch, man hat den Lotto-Sechser. Ein Lotto-Tipp kostet 1,20 Euro. Und nun die Zusatzfrage, wie viel Geld müsstest du ausgeben, um sicher einen Lotto-Sechser zu haben? Nimm dir dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere kurz das Video, wir vergleichen dann noch die Ergebnisse. Na gut, damit der richtige Tipp ganz sicher dabei ist, müssten wir 8.145.060 Tipps abgeben. Verschiedene Lotto-Tipps, also alle möglichen. Und jeder davon kostet 1,20 Euro. Das bedeutet, wir müssten insgesamt 9.774.072 Euro ausgeben, damit wir sicher einen Lotto-Sechser haben. Kleiner Fun-Fact an dieser Stelle. In der gesamten Geschichte der österreichischen Lotterie war der Jackpot bei Lotto-Sechser 45 überhaupt erst einmal größer als dieser Betrag hier. Und da hat ihn tatsächlich auch eine einzige Person gewonnen, also die hat wirklich sehr viel Geld kassiert. Üblicherweise wird aber der Jackpot bei Lotto-Sechser 45 nicht so groß. Jetzt im Moment, also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufzeichne, ist der Jackpot gerade bei 2,4 Millionen. Also da zahlt sich diese Strategie garantiert nicht aus.